Willkommen zu einem neuen Video der Berufsschule 7. Diesmal soll es um IT-Sicherheit gehen. Zielgruppe ist 12. Klasse Fachinformatiker und ich will im Prinzip ein paar Begriffe einfach mal klären, dass wir das mal einheitlich zusammen haben. Also wenn man mal sich eine Definition zum Begriff IT-Sicherheit anschaut, dann findet man solche Sätze wie Einrichtung und Aufrechterhaltung geeigneter betrieblicher und technischer Maßnahmen, um die Einhaltung der Schutzziele der Informationssicherheit bei IT-gestützter Verarbeitung von Informationen zu gewährleisten. So, was heißt es? Einrichtung und Aufrechterhaltung, ich glaube, das ist klar. Geeignet, okay, auch sinnvoll. Ungeeignete Methoden wollen wir ja nicht verwenden. Betriebliche, das sind wesentlichen organisatorische Sachen, also wer ist Administrator, wer kann was vergeben, wie organisieren wir den ganzen Laden und technische Maßnahmen, das sind dann wirklich die harten IT, aber auch bauliche Maßnahmen, die wir treffen können, um eben uns um IT-Sicherheit zu kümmern. So, Einhaltung der Schutzziele, auf die kommen wir gleich, und Informationssicherheit sollte im Prinzip klar sein. Schutzziele. Gut, Schutzziele teilen sich in zwei Bereiche auf. Einmal der Datenschutz und hier geht es um den Schutz von personenbezogenen Daten vor Missbrauch. Also, der Kollege hier rechts, der soll nicht an die Daten ran. Zum Thema Datenschutz habe ich ein eigenes Video hochgeladen, vielleicht habt ihr es schon gesehen, wenn nicht auf meinem Kanal gucken. Dann noch Datensicherheit. Hier geht es um die Sicherung aller relevanten Informationen einer Organisation, also nicht nur die personenbezogenen, also die, die von unseren Kunden, Sondern alle bezüglich Vertraulichkeit, Integrität, Verfügbarkeit. Hierzu werde ich auch noch ein Video nachliefern, das ist bereits in Arbeit. Also, hier geht es im Wesentlichen um alle möglichen Gefahren und nicht nur um das, was sozusagen den Schutz der persönlichen Daten beinhaltet, also auch um technische Schutzmaßnahmen etc. Ein Begriff oder ein paar Begriffe, die wir auf jeden Fall klären müssen, ist die Sache mit der Authentifizierung. Und zwar, wenn wir uns irgendwo einloggen wollen, dann brauchen wir erstmal eine Authentisierung. Authentisierung bedeutet, ich weise meine Identität aufgrund von Wissen, Besitz oder biometrischen Merkmalen nach. Wissen, das ist sowas wie eine PIN zum Beispiel, ein Passwort, das heißt Sachen, die nur ich weiß, die kann ich verwenden, um eben mich als mich auszuweisen. Besitz sind solche Sachen wie Chipkarten, wie irgendwelche automatischen Schlüsselgeneratoren, solche Sachen ist Besitz. Und biometrische Merkmale, das ist dann, was weiß ich, Fingerabdruck, Iris-Scan und so weiter und so fort. Biometrische Merkmale haben natürlich den Vorteil, dass sie relativ schwer zu simulieren sind, schwer zu stehlen, im Sinne von dem, was ich mit mir herum trage. Ich meine, mein Fingerabdruck ist ziemlich gut festgewachsen auf meiner Hand. Auf der anderen Seite ist es natürlich so, dass wenn ich die Daten mal habe von einem Fingerabdruck, also wenn der Bösewicht die Daten von meinem Fingerabdruck hat, kann ich meinen Fingerabdruck nicht mehr wechseln. Der ist ja mit mir verbunden und zwar unweigerlich und dementsprechend hat diese vermeintliche Sicherheit bei der biometrischen Authentisierung eben auch einen kleinen Haken und das ist eben tatsächlich die nicht mehr Austauschbarkeit. Und das können wir bei Wissen und Besitz sehr wohl durchführen. Ich kann jederzeit, muss sogar jederzeit mein Passwort ändern und was weiß ich, wenn ich meine Chipkarte verliere, kann ich eine neue besorgen. So, also unser Kollege hier unten weist sich aus mit irgendeiner Möglichkeit, in dem Fall jetzt ein Personalausweis, was auch immer, und danach kommt der nächste Schritt. Der nächste Schritt ist die Authentifizierung und das bedeutet nichts anderes, als dass man prüft, ob denn meine Angaben, also meine Identitätsbehauptung korrekt ist. Das heißt, es wird geprüft, ob das auch wirklich so sein soll oder ob das auch stimmt. In dem Fall jetzt ein Bild, wie ein biometrisches Merkmal und damit ist die Authentifizierung abgehakt. Authentifizierung und Authentifizierung werden gern mal durcheinander gewürfelt, aber das ist sozusagen die offizielle Definition, was wir hier sehen. So, im nächsten Schritt kommt die Autorisierung. Das bedeutet, dass basierend auf meiner Identität jetzt wiederum festgelegt werden kann, was darf ich und was darf ich nicht. Also im Prinzip Sachen, die mir erlaubt sind, werden eben freigeschalten. Sachen, die mir nicht erlaubt sind, die werden eben nicht freigeschalten. Dort werde ich sozusagen ausgesperrt. Das wäre dann die Autorisierung. So, da sind wir jetzt durch unseren Login-Vorgang durch. Jetzt gibt es noch eine Sache, über die ich kurz reden möchte und zwar die Zwei-Faktor-Authentisierung. Manche nennen das auch Zwei-Faktor-Authentifizierung. Ist insofern okay, weil im Prinzip nach der Authentisierung kommt ja die Authentifizierung. Das ist nichts anderes wie der Identitätsnachweis durch zwei verschiedene Kanäle. Das heißt, kennen wir alle, wir geben ein Passwort ein und dann kriegen wir noch irgendeine PIN aufs Handy geliefert. Dann geben wir die ein und dann erst kommen wir in das System. Eigentlich wäre jetzt das Abheben am Geldautomaten auch nichts anderes wie zwei Faktoren. Ich habe einmal den Besitz meiner EC-Karte und dann das Wissen über die PIN. Das wäre dann eine Zwei-Faktor-Authentisierung. Und das würde jetzt nach den Richtlinien als strenge Prüfung eben angesehen werden, weil eben das eben sehr viel schwerer zu knacken ist. So frei nach dem Motto, die Chance, dass ich mal irgendwie mein Passwort versehentlich hergebe, ist gut, hoffe ich nicht so gering, aber sie ist da. Aber dass ich dann zugleich auch noch so doof bin, mein Handy irgendjemand anders in die Hand zu drücken, das ist dann schon sehr unwahrscheinlich. Insofern ist die Zwei-Faktor-Authentisierung auf jeden Fall das, was man tun sollte. Das nächste wichtige Thema ist die Verschlüsselung. Hier wollen wir über zwei grundsätzliche Verfahren kurz sprechen. Einmal das symmetrische Verschlüsselungsverfahren. Gehen wir mal davon aus, wir wollen zwischen zwei Usern eine Nachricht über irgendein Netzwerk, die Cloud, was auch immer schicken. Und dazu brauchen wir einen Schlüssel. Dieser Schlüssel ist dafür da, dass wir eine Nachricht verschlüsseln können. Und bei dem symmetrischen Verfahren braucht sowohl der Sender als auch der Empfänger den gleichen Schlüssel. Das heißt, irgendwie muss der Schlüssel ausgetauscht werden und das ist zugleich auch eine Schwachstelle von dem symmetrischen Verfahren. Weil irgendwie muss ich das ja schaffen, den so sicher zu übertragen, dass eben kein Dritter den irgendwie abgreift. Und wenn jetzt der Dritte in der Kommunikation schon drin hängt, dann bringt uns diese ganze Verschlüsselung nichts, weil dann hat er ja eben den Schlüssel. Aber da kommen wir auch gleich noch zu einer Lösung beim hybriden Verfahren. So, der Sender möchte gerne eine Nachricht senden. Das heißt, er verschlüsselt sie mit diesem Schlüssel. Der Empfänger entschlüsselt das Ding und kann somit die Nachricht wieder lesen. Das heißt, beide haben den gleichen Schlüssel und deswegen nennt sich das symmetrisches Verfahren. Der Vorteil von dem symmetrischen Verfahren ist, dass die Schlüsselstruktur relativ einfach ist. Sie sind auch sehr einfach herzustellen, diese Schlüssel. Die Verschlüsselungs- und Entschlüsselungsalgorithmen sind sehr, sehr einfach gestrickt und damit eben brauchen sie auch relativ wenig Ressourcen und sind auch relativ schnell in der Ausführung der einzelnen Algorithmen. Nachteilig ist, wie ich vorhin schon gesagt habe, der Schlüsseltransport, weil irgendwie muss ja der Schlüssel ausgetauscht werden, weil beide wirklich exakt den gleichen Schlüssel benötigen. Und das ist dann zugleich eben die größte Schwachstelle dieses ganzen Konzepts. Ein besseres Konzept bezüglich dieser Schlüsselaustauschgeschichte ist das asymmetrische Verfahren. Und hierbei passiert Folgendes. Der Empfänger der Nachricht erzeugt einen Public Key, also einen öffentlichen Schlüssel und den darf jeder sehen. Jeder. Das heißt, den kann ich auf die Webseite legen oder wohin auch immer. Das ist wurscht. Und der Sender der Nachricht kann den jetzt holen. Ob da jetzt irgendein Bösewicht mitliest oder nicht, ist egal. Jeder darf den Schlüssel haben. So, was jetzt der Empfänger noch zusätzlich hat, ist der private Schlüssel. Den sollte er möglichst nicht aus der Hand geben oder nicht irgendwie sich klauen lassen, weil den darf sonst keiner haben. So, was passiert jetzt? Der Sender verschlüsselt wieder seine Nachricht und die Nachricht kann nur mit diesem privaten Schlüssel entschlüsselt werden. Also das heißt, mit dem Public Schlüssel kriege ich die Entschlüsselung nicht hin, sondern nur mit dem Private. Und deswegen sollte eben der Empfänger diesen Private Schlüssel an der Stelle eben nicht aus der Hand geben. Das Problem bei der ganzen Geschichte ist, dass diese Schlüssel relativ kompliziert herzustellen sind. Klar, der Rechner schafft es. Aber wenn jetzt der Empfänger an den Sender auch irgendwas schicken möchte und bräuchte eben, also quasi eine Rückmeldung, dann bräuchte der Sender auch ein Public-Private-Key-Paar, dass er dann irgendwie dazu wüge stellen möchte etc. Und das wäre eben problematisch. Also Vorteil der ganzen Geschichte ist, der Public-Key ist öffentlich. Das heißt, er darf geklaut werden, weil das das hilft sozusagen dem Angreifer nichts. Problem ist, die Schlüsselerstellung, die Algorithmen, Algorithmik etc. ist ein relativ hoher Aufwand und für die beidseitige asymmetrische Kommunikation braucht jeder ein Schlüsselpaar. Und das ist eben sehr aufwendig und nachteilig. Eine Lösung aus diesem Dilemma, dass wir sozusagen bei dem einen die Problematik der Schlüsselübergabe haben und beim anderen eben die Komplexität der Algorithmen, ist das hybride Verfahren. Hierbei erzeugt jetzt wieder einer von den beiden ein Schlüsselpaar, Private-Public, im Wesentlichen das Unternehmen, das eben eine eigene Webseite hat etc. Und der Sender der Nachricht generiert jetzt automatisch einen Schlüssel und zwar einen symmetrischen und schickt den an den Empfänger. Und damit ist im Prinzip auch schon alles gesagt, weil jetzt haben wir die Möglichkeit, Daten eben in beide Richtungen auszutauschen. Das heißt, die asymmetrische Verschlüsselung ist ausschließlich dafür da gewesen, den symmetrischen Schlüssel von A nach B zu transportieren. Jetzt haben beide einen symmetrischen Schlüssel und können eben sozusagen sicher miteinander kommunizieren. Das heißt, wir haben hier die Vorteile des symmetrischen Schlüsselpaars ohne das entsprechende Transportproblem, weil das lösen wir asymmetrisch. Und das würden wir eben als hybrides Verfahren bezeichnen. Den letzten Punkt für dieses Video sind jetzt die möglichen Angriffe auf Daten und hier gibt es einmal den sogenannten Man in the Middle Angriff. Dazu habe ich ein eigenes Video auf meinem Kanal. Das könnt ihr euch da anschauen. Da habe ich das etwas detaillierter erklärt. Hier geht es im Wesentlichen darum, dass jemand in der Mitte von diesen beiden kommunizierten Parteien hockt und eben sozusagen die Daten erst bevor sie von A nach B geschickt werden, erstmal liest und manipuliert. Der Man in the Middle Angriff. Dann gibt es die Viren. Ein Virus ist im Prinzip ein Schadcode, der sich auf einem Wirtssystem vermehrt und weiter verteilt. Also im Prinzip, ich habe ein Programm geschrieben, das eben irgendwas Unanständiges am Rechner macht und es nistet sich auf dem Rechner ein und nutzt eben die Rechner Ressourcen, um weiter zu kommen. Dann gibt es noch die Würmer. Würmer sind Programme, die sich selbstständig vermehren. Die können dann eben auch außerhalb eines Wirtssystems agieren, also quasi unterhalb des Betriebssystems und haben natürlich auch ein Schadcode drin. Unter Schadcode versteht man etwas, was entweder mich oder mir schadet, also was sich irgendwelche Sachen ausspäht, irgendwelche Daten verhökert etc. oder eben die Ressourcen meines Geräts für irgendwelche Botnetze oder ähnliches dann missbraucht. Dann haben wir noch die Trojaner. Trojaner sind Programme, die so tun, als wären sie sinnvolle Programme und schleusen dadurch irgendwelche Schadsoftware ein, die dann entsprechend auch wieder Unsinn auf unserem Rechner treibt. So und zum Schluss gibt es noch das Social Engineering oder auch Social Hacking genannt. Das ist nichts anderes, wie ich versuche jetzt nicht über technische Möglichkeiten in das System eines Opfers einzubringen, sondern ich versuche irgendwie die Person, die mit dem System agiert, irgendwie dazu zu bringen Unsinn zu machen. Das heißt, ich schiebe dem irgendwie einen kostenlosen USB-Stick zu, der dann eingesteckt wird oder ich bringe denjenigen dazu, mir das Passwort zu verraten. Fishing wäre da eben ein Beispiel, dass ich mithilfe einer gefakten Seite versuche, dass das Opfer seine Login und Passwortinformation auf einer Seite hinterlegt oder preisgibt, die einfach nur aussieht, als wäre es von der Bank oder Amazon. Und dann habe ich sozusagen die Schwachstelle User ausgenutzt, um eben an die entsprechenden Daten zu kommen. Ja, da sind wir schon am Ende angekommen. Das war ein relativ kurzes Video. Ich wollte einfach nur mal die Begriffe ein bisschen sortieren und in Kontext bringen. Wie ich eingangs schon erwähnt habe zum Thema Datensicherheit gebe ich noch oder liefere ich noch ein Video nach und ja, dann bis zum nächsten Mal. Begriffe 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 L ت auxiliary